Ich hab zu schnell, ich hab zu langsam geschnallt, dass eine riesengerte Gruppierung ist. Ich dachte, er erschließt sich ja nicht viel mit der Tiege. Da hätte ich weiterdenken müssen. Jetzt gern mal, glaube ich, Olle als Cops rein und dann ne Marotka-Felfe fällt hoch. Nimm mal diese Scheiß-Wiebungen, weiße Kapotte, das kann ich nicht fangen. Mädels? Weißen sie, ne, ist schon weg. Wissen machen. Was ist weiter in der Infam? Die leutert jetzt ans Korb einsteigen und alles hoch nimmer, was da drinnen noch herumlauft. Es sind doch eh schon zu wenige. Die Wärmten schon wieder verlassen, leicht. Ach, beispielsweise hier weg. Hm. Man. Ja. 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 In der Infam? Ja. 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 jetzt könnt ihr ja hier schnelles verkauft wir müssen jetzt 15 minuten warten, dann dürfen wir oh ich hab gar keinen bock mehr wer fahrt ihr denn hin? naja ich denk ich geh dann in der runde zuerst gehen ich geh jetzt wieder auf einmal wie gesagt ich möchte hier nichts sagen da hier sonst wer noch zu sagen könnte trefft mal treffen wir uns in Sydney oder Brisbane wollen wir nicht einfach auflegen ok mal treffen wir uns bei oben oder? ja hab plus minus null gemacht alter gg ehrlich jetzt fast ich meine das hat Spaß gemacht oder nicht? ich hab 10 plus gemacht wir haben kräste gaudi gehabt finde ich 10 plus gemacht? ja du hast ja auf der vorderen der runde ne 2 ton hat er fast ich hab zwar ich hab eigentlich 3 ton gemacht ich hab nur eine gemacht ich hab nur eine gemacht glaub ich ich auch und Adam was das ägypte kostet hat? ja ja 3,400.000 ist tatsächlich so viel plus das Auto dann sind wir dabei 3 Millionen und ich schwöre dir ab morgen ne ich werde null mal mehr Augen zudrücken ich werd sie einfach tasern und mitnehmen wenn sie irgendwas verkacken Robin hat vorhin noch die ganze Zeit gesagt du kommst doch mit denen so gut klar jetzt nicht mehr ja ne also vielleicht ist es einfach tasern du musst halt trotzdem genauso mit denen umgehen wie mit anderen aber Augen zu drücken ist sowieso naja eine Sache ich mach jetzt nicht mehr auf wie gesagt hab ich voll vergessen ja ich versteh naja wunderbar mit echt ich kann nicht mehr die mal respawn auf mal also auf oder Hä?! Ooooooohhhhh Ich wurde gerade ORDEMD Hallo ich auch Video Ich bin nur gerade wieder hingefahren und wurde ORDEMD Hast du es auf Video Auf Video Bin nur jetzt wieder hingefahren auf 15 minuten Auf Video Auf Video Video. Es ist komplett egal, ob du die Luft gebraucht hast oder nicht. Die dürfen ich trotzdem nicht addm. Also mach Video und geh in sofort. Die bloß 10. Die verstehen die sowieso nicht. Ich will jetzt das ganze Geld haben. Ich hatte wieder 4 Millionen auf der Amt. Weil ich jetzt mein LKW verkauft hab. Lasst uns einfach, geh in den Support. Ne, geh jetzt in den Support. Der Support ist ja keiner da. Das genau, wenn ich gestorben bin. Um 2 Minuten vor 3 bin ich gestorben. Was? Aber trotzdem New Life-Regelbruch. Aber trotzdem hat er nicht das Recht dich zu RDM. Nein, es war kein New Life-Regelbruch. Auf... darf es nicht... ... We lunge Auf ner Regelbruch darf ich keinen Regelbruch begehen. Das heißt, RDM ist mit irgendwo innerm破 제�bereinstighal zu begründen, dass du dann RDM bist. Das darfst du trotzdem nicht. Also bist du trotzdem recht, dass die auch nen Regelbruch gegangen haben? New Life gilt nur dann, 15 Minuten nach Abschluss der RP-Situation. Die RP-Situation war noch offen, weil nämlich unser Kollege Benni Hofstetter noch im Kampf war. Der ist erst vor 5 oder 10 Minuten gestorben. Das heißt, die Situation war noch nicht um. Somit hättest du nicht mehr noch nicht hingehen dürfen, weil einer deiner Kollegen das war. Nein, aber die gilt nicht nur für dich, die gilt für die RP-Situation, in der du gestorben bist. Das heißt, die RP-Situation kann noch stundenlang weitergehen, darfst aber da nicht mehr hin. Nach 15 Minuten nachdem die RP-Situation zu Ende ist. Oder ist da wohl noch mal? Das würde ich in deiner Stimme nicht machen. Warte mal, in 4 Minuten ist dann die RP-Situation komplett vorbei. Nee, jetzt müssen wir wieder 15 Minuten warten. Nein, oder? Natürlich. Das war ja nicht mal eine RP-Situation, von daher braucht er das nicht mehr zu machen. Das war ja jetzt keine RP-Situation. Ich bin trotzdem gekommen, hab gleich einen Headshot bekommen. Ja, aber ich würde trotzdem nicht wieder hinfahren. Scheiß drauf. . Das war ja auch vorbei und die vom Militenkopf weg. Vorher genauso. Ich habe meine Kollegen verbunden, wurde direkt weggehalten. es ist er ist er hat mir ich habe wieder vorhanden mit dem ich nicht will ich auch noch nicht das mal wieder ist das bei mir hat man aber auch ja nicht und so blöd gefolgt nicht geschossen mann ich wollte und dann haben und und mann ich bin der Aufnahme und ich bin immer bei Campbox wieder morgen in den Support und wird so lange gebannt werden mit der muslimischen Hand die Welt schlange Die werden heute gebannt. Äh, gebannt, ja. Die fangen so wieder an. Auch wenn ich gar nicht mit dem Sport hänge. Ist mir scheißegal. Die werden heute noch gebannt. Ich habe jetzt gerade die Flügel, glaube ich, jetzt verloren. Mein LKW mit pure 6 Mio. 5 Mio. 600 Mio. Geil. Manchmal nicht mehr. Ach, ich habe aber noch einen Gewinn von 20 Mio. Äh, die werden mein LKW schon drauf nehmen. Die werden gleich mal alle LKWs verkaufen. Wow. Wow. Das nicht mal meine LKW, ich habe noch ausgelegt. Mann, Mann, Mann. Ich bin nochmal auf Deutsch und Deutsch. Ja, ich bin nochmal auf Deutsch. Ja, mit auf. Ich bin auch auf. Ich bin auch auf. Ich bin auch auf. Ich bin auch auf. Das finde ich jetzt scheiße. Ich bin einfach keiner P und Lass. Ich bin nicht mal bei den Bustartigen. Ich bin nicht mal bei den Leuten. Hallo! Naja. Hast du auch Aufnahmen von Heute? Ja. Das war eine. Wir sind lange tot. Wenn sie alles. Ja, ich bin weg. Ich bin weg.